Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Together auf dem Damakasch-Server zusammen mit dem Knolle. Hallo, das Reiter ist auch dabei. Genau. Wer es noch nicht gemerkt hat. Genau, ich habe noch so ein paar Steine, obwohl wir müssten erstmal welche in den Ofen stecken, ne? Dass wir was abbauen und die da reinstecken, damit wir neue brennen können. Oder sind noch welche im Ofen, ne? Ich glaube nicht. Ah, da sind zwei hier drin in dem einen. Und da sind auch nochmal zwei hier drin, ne? Und im dritten Ofen drei, ja okay, mehr sind nicht da. Äh, ja. Gut. So, im Inventar kann ich aus diesen 31 Steinen, glaube ich, wieder 31 machen, ne? Oder fast sozusagen. 14 habe ich noch dazu gekriegt. Ne, sind ein paar mehr, das andere sind dann auch wieder 64 geworden. Das Deck, gut. Äh, baust du ab, oder soll ich, oder? Ich gehe nach Damakasch gucken. Okay, du gehst nach Damakasch gucken. Wieso ist die da, oder was? Nee, wir sind doch im Lager. Damit wir das nicht machen müssen. Du räuberst Steine aus. Ja. Okay. Wenn ich das nicht machen muss. Ist das nicht so langweilig. Okay. Damakasch hat da bestimmt kein Problem. Nein, das wird bestimmt auch irgendwie automatisch gemacht. Man macht das immer gerne bestimmt. Ach, jetzt muss ich erstmal gucken, wie hier das weitergeht mit dem Häuslein, glaube ich. Mit dem Fenster. Ich glaube, da müssen wir erstmal gerade gucken, wie das hier so aussieht. Äh. Das ist ein Stein hoch, zwei Stein hoch, drei, vier Steine hoch und dann geht's da rein. Wie, ein Stein ist auch dabei? Ja, ein Stein ist auch dabei, genau. So, eins, zwei, drei. Aber der ist, glaube ich, ganz schüchtern, der sagt gar nichts. Vier. Ich glaube, fünf und das andere sind so kleine. Müssen wir uns auch noch überlegen, das mit den Fenstern und den Dingen. Ah, runtergefallen, schade. Den, den Glasscheiben funktioniert das dann nicht, ne? Wenn man die da reinbaut bei den Kirchenfenstern, wenn die so diese Treppenstufen über Kopf da drin sind, ne? Mhm. Was? Funktioniert da nicht? Äh. Glas rein. Ja, dann geht das mit dem Glas rein nicht, ne? So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, da muss da oben ein Stein hin. Na super, hat er gleich wieder zwei gemacht. Du glaubst es nicht. So. Warte, wie ging das nochmal? Was? Ach, da vorne ist die Fahrt. Ich habe vergessen, wenn ich wohin fahren muss. Okay. Ja, ich glaube, das ist so richtig, was ich da gerade gebastelt habe. Jetzt geht's los. Oder? Ich sehe es nicht ganz so richtig. Ne, doch, das ist da passend. Gucken, dass ich da wieder hochkomme und dann weiterbauen kann. So. Die Station wird auch immer weitergebaut, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Echt? Mhm, die Zwischenstation. Okay. So, ich glaube, das war richtig. Ich glaube, dann kann ich hier doch wieder erstmal noch die hin machen. Dann hat er schon wieder so ein Kackding hingemacht. Und da auch noch einen. Wo ging's? Ah, da geht's lang. Das war schon die höchste Spiel. Das ist total. Echt? Wieso läuft der Automat? Meiner ist gerade automatisch nach links gelaufen. Okay. Ja, in der Stadt ruckelt das total. Drei. Na, fall doch mal dazwischen. So, jetzt kann ich das auch messen. Eins, zwei, drei und dann sind wir oben. Okay. So, das würde bedeuten... Also an sich sind genug Sachen da. Genug Steine da? Steinziegel sind auch ganz viele da. Okay. Ich kann ja mal Nachschub machen aus normalen Steinen. Ja. Ich nehme einfach so viel mit, wie ich tragen kann. Wo ist mein Fadenkreuz? Da ist mein Fadenkreuz. Ich glaube, das ist dann richtig. Ich glaube, ich müsste jetzt da hinten noch einen Stein setzen. Ich hoffe, das geht von hier. Tut's auch. Und so. Geht das auch noch von hier? Nee. Vorne ist ein riesiges Brot in der Welt. Geht. Wunderbar. Mit Holz gemacht. Aus Holz gepixelt. Was auch immer. Okay. Was heißt da? Ein Hilfstein hin. Ja, da war wieder einen falsch gesetzt. Und dann war es das hier oben, glaube ich. Haben wir noch meinen Card? Der kann weg, der noch nicht. Oh, da ist es so. Ich habe die Bahn betrogen. Okay. Ich bin jetzt mein Fall eingestiegen. Ohne Ticket. Ohne Ticket. Bin auf eine Sensorplatte gefahren und konnte ohne Fahrkarte fahren. Okay. Tja. So ist es halt, wenn man nicht genug Sicherheit hat. Maßnahmen hat. Dann fahre ich halt kostenlos. So, jetzt muss ich da noch einen hinsetzen. Das andere auch nichts kostet, aber hey. Das weiß ja keiner. Der hat gut geklappt, wie der hier mit Stein setzen, ne? Der ist runtergefallen, aber egal. So, ich glaube... Dann passt das ja schon wieder hier einigermaßen, ne? Oder wird irgendwas gebaut? Ein Fenster? Okay. Hm. Hm. Ich glaube, ich muss da noch einen hinsetzen, dann. Muss ich gucken, ich muss da lang. Also in den Städten ruckelt das bei mir immer total. Echt? Aber nur, wenn ich aufnehme. Sonst ist das nicht so. Jetzt, wo ich raus bin, geht's auch wieder. So, ich kann das auch hier machen, ne? Was mache ich denn jetzt hier verkehrt, dass es nicht klappt? Meine Güte. So. Dann rufen wir die 8 auf und dann geht's. Aha, da hinten sieht man schon die große Kathedrale. Echt? Kann man von Weitem schon sehen? Ja, also ich habe nicht so eine weite Sicht an, weil... Okay. ...das Aufnehmen verbraucht bei Minecraft viel zu viel Leistung. Nee, den darf ich noch nicht mitmachen, weil da muss ich noch, glaube ich, einen neben setzen. Gut. Oh, hier steht vorne ein Schild, hast du schon gesehen? Nee, was denn? Da steht ganz schön eindrucksvoll. Super. Werden das geschrieben, steht da drunter? Nee. Vielleicht super. Okay. Stimmt als Letztes. Der Herr super war das. Bestimmt. Wo steht das? Vor der Brücke da oder so? Das geht, wenn man die Brücke hochgeht. Okay. Gut, dann denke ich mal, mache ich jetzt hier weiter gerade. Irgendwie macht er bei mir im Moment einen Doppelstein. Ich nehme mal hier ein anderes Eingabegerät. Vielleicht ist das dann mit dem Doppelstein weg. Okay. Nee, das wird auch nicht das Eingabegerät. Ich glaube, ich muss da irgendwo mal ein neues kaufen. Ist das jetzt hier so richtig? So, da muss wahrscheinlich dann noch einer drauf, ne? Na, da stehe ich zu nah dran. Genau so ist es. Gut, das hat geklappt. Die Spitzhacke ist kaputt. Die wollte ich, glaube ich, machen. Die nur Schaufel, wie ich erst gedacht habe. Schon, glaube ich. Entschuldigung, habe ich da irgendwie mir einen Husten geholt. Gerade. So. Pirschen wir uns da ran an die Seite. Ist doch schon eine Rüstung an, mein Güte. Und da unten läuft Knolle lang. Ja. Ich bin jetzt auch seit dem letzten Vorfall etwas vorsichtiger geworden, weil ich runtergefallen bin. Okay. Okay. Aha. Hier ist der Übeltäter also schon. Wer ist der Übeltäter? Der tiefe Fall. Okay. Hm. Da ein Steinchen hin, da drauf springen, aber es wird schon wieder dunkel. Ah, wieder einen doppelt gemacht. Super. Super. Gut. Und da muss auch einer hin. Sollen wir gerade mal pennen gehen? Hm. Okay, dann komme ich doch mal da runter. Er ist da. Okay, ich nicht. Genau, der schläft schon wieder. Und du, um die Ecke gelaufen und ins Bettchen gelegt. So, und dann wird's hell oder nicht? Und dann wird's hell oder nicht? Oder ist einer da? Es ist hell, ja. Super. Super, das wollte ich doch gar nicht. Ich muss gerade was machen. Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme. Dann muss ich das da oben recht schwärzen. Aber wahrscheinlich ist es in der Aufnahme drin. Egal. So, jump, 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 jump. Okay. Und hast du noch Steine gekriegt? Ja, ganz viele. Gut. Brauchst du die? Und wenn du welche hättest, wäre ich nicht böse drum, ne? Dann brauche ich das Stück. Okay. Wo bist denn du? Oben auf dem Dach. Der Dacharbeiter. Ja. Aber ich kann dir entgegenkommen. Gerade zum Fenster bin ich jetzt hier. Auf dem Holzdeck bin ich jetzt. Oh, ich glaube, du bist runtergefallen. Genau da, wo es natürlich auch noch so richtig tief reinging, ja. Okay. Nicht nur, dass ich einfach runterfalle, nein. Sondern noch in die tiefsten Tiefen. Okay, gibst du mir was? Wunderbar. Cool, danke. Ja, reicht. Gut, achso, ich wollte gucken, wie es da oben aussieht. Wie ist es denn da jetzt weitergegangen? Ja, ich glaube, das passt dann schon mit dem Fenster, ne? Ja. Kriege ich das da weg? Wahrscheinlich nicht, ne? Und was wollen wir denn jetzt für ein Holz nehmen? Das, was wir da oben schon benutzt haben, weil ich weiß nicht, wo man das findet. Ah, das war Eiche, ne, oder? Nein, das war dunkle Eiche, ja. Dunkle Eiche, okay. Ich glaube, die findet man nur ganz bestimmt. Okay, das ist natürlich nicht gut. Ich glaube, ich muss mal hier hin. Und eins drücken und dann erstmal ein Brot wieder essen. Da wackelt schon was. Zwei. Da einen Stein hinsetzen. Und dann nehmen wir mal die drei. So, das passt, glaube ich. Wie ist das jetzt so richtig, was ich hier bastle? Ne, ich glaube, da bin ich falsch, oder? Kann das sein? Nee, hier habe ich was Falsches gemacht. Shit. Bom, runtergefallen. Aber nicht ganz so schlimm. Mhm. So, nochmal höher und gucken, wie es da weitergeht. Das heißt, wenn ich den da rechts nebenpacke, ist das auch falsch. Hm. Ach, das ist die oberste Reihe wahrscheinlich dann hier, ne? Das könnte natürlich sein, ne? Dann brauche ich das mit dem hier nicht mehr machen. Das ist die höchste Reihe, da geht es wieder runter. Alles klar. Ich glaube, dann muss der wahrscheinlich auch weg, oder? Dann fängt gerade die Musik anzuspielen. So, eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann ist man oben, gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann ist der da auch schon falsch. Äh. Aber so wie ich das jetzt sehe, die Musik spielt. Das heißt? Zum Abschluss. Zum Abschluss spielt die Musik. Gut. Das ist die Abschiedsmelodie. Die Abschiedsmelodie. Super. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Ja. Dann will das Spiel gar nicht, dass du oben bleibst. Dann will das Spiel, dass ich oben bleibe, genau. Dann gehe ich erstmal zurück und speichere mir die Geschichte ab, ha? Gut. Wo bist du? Ich gehe Richtung Bett gerade. Du stehst am Bett. Ah, du bist hier. Okay, dann bin ich da, wo du wühlst. Dann würde ich sagen, lass uns... Ich bin die Wühlmaus. ...diese Runde hier beenden. Genau. Einen Blick noch drauf, was wir da gebaut haben. Hier vorne schön mit dem Podest. Sieht cool aus. Ja, da oben macht es Sinn, das ist schon weiter wieder ein Stück geworden. Ja, bis jetzt würde ich sagen, es könnte mal ein massiver Klotz gewesen sein und da waren ein paar TNT-Fallen, äh, TNT-Drunner. Okay. Sieht das so ein bisschen aus, wenn man das noch nicht fertig ist. Wenn man hier reinguckt, sieht das schon besser aus. Okay. Vor allem, wenn der Umgad so die Sonne durchscheint. Wird schon, ne? Wird schon. Okay. Kopf hoch, weiter geht's. Dann würde ich sagen... ...was ist das mit dieser Folge? Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal... ...auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.